Herzlich Willkommen zu einem kleinen neuen Informationsvideo wieder von mir Nautilus Gamer gestern haben wir ja den ersten Stream bei Shadow Gamer gemacht auf seinem Channel der kam ja echt gut an der ging ja knapp fünf Stunden und war richtig funny wieder lustig und heute kommt wieder ein Stream auf Shadow Gamer sein Channel zwischen so um 18 Uhr 30 19 Uhr rum und ich weiß nicht genau ob ich wieder auf ich glaube ich bin auf TS nicht auf Discord ich glaube ich bin genau TS und ja wir sehen uns dann alle bei Shadow Gamer auf seinem Channel wenn ihr nicht abonniert habt dann abonniert den es fehlen noch ich glaube er hat jetzt 90 Abonnenten es fehlen noch 10 Abonnenten zu den 100 wenn wir das schaffen würden wäre nice an die 100 noch 10 Abonnenten zu bekommen wegen das Support ist kein Mord und wir sehen uns heute Abend bei Age of Empires bei Shadow Gamer Auf Wiedersehen euer Nautilus Gamer